Mit künstlicher Intelligenz kann das Verhalten von Ratten nun analysiert werden. Die neue Technologie trackt die Nagetiere und erfasst, wo sie fressen, wo sie schlafen und wie sie in Gebäude gelangen. Im nächsten Schritt wird dann entschieden, wie man gegen sie vorgeht. Vor allem Städte mit einem massiven Bevölkerungszustrom könnten davon profitieren, da solche Ballungsräume schnell von Nagetierproblemen betroffen sind.